Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge der First Descendants. Weiter geht's. Endlich, ne? Freuen wir uns alle auf eine neue, neue, liebe Folge der First Descendants, ne? Freut ihr euch, hä? 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 Ich freue mich zwar schon, aber es ist schon einfach eine neunte Folge. Ziemlich wenig. Und ich weiß auch nicht, warum das Problem hat, ein Video zu drehen für The First Descendants. Ich finde es komisch. Normalerweise ist es so, dass ich bei einem Spiel keine Probleme habe, ist zu. Let's playen. Jetzt, The First Descendants ist jetzt so einfach passiert, weil ich einfach viel zu viel zu tun habe. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist. Aber wir lassen es einfach so. Wir lassen es so stehen. Und ja. Ich meine, bei Bendy in the Dark Machine, ja, dasselbe auch so. Also. Ach ja, jetzt kommen wir ja wahrscheinlich dahin, wo ja die Cutszene kam. Wisst ihr diese Cutszene? Wo wir ähm, den bösen Anführer sahen? Da gehen wir grad hin. Und danach kommt wahrscheinlich wieder so ein kleiner Minibus. Und dann sind wir schon in einer ganz brandneuen Welt. Die Blüte des Edens würde ich auch mal bezeichnen. Die Featner wie Vulgus. Vulgus. We Murph the Invisible State. State of Decay. The Ironhorde. Das Jironherz auch genannt, aber ich nenne es Eisenherz, weil das ist, besteht zum Beispiel aus Ironhorde. Stein, Metall, Metall. Und ja. oh. Sorry, I wasn't able to help you. Oh, I think so. This factory truly is an ominous and horrifying place. Can you feel that? I can experience a variety of sensations through the Archae of descendants, including the Phantom Queen. Join us! Das ist für mich zu tun, Guide. Keine Ahnung. Als ich mit meinem Personal-Target habe, dann werde ich dich um die Schmerzen zu retten. Ich werde die Valtestiel zurückkommen. Was ist das? Das Spiel kam immer noch dieses Jahr raus. Ich muss die Obbeter in echt eine Weile her. Natürlich, die Mun. Wenn hier irgendwo ein... Heilung, 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 Heilung. Das Spiel kam immer noch an. Das ist definitiv wunderschön. Ich schreibe diese Info an Sharon. Das Spiel kam immer noch an. Das Spiel kam immer noch an. Hörer. Oh man! Als ich die Analyse der Wachstum ausfahre, werde ich wissen, warum ich unsere Partikel-Erinheit entdeckte. Dann besser wir die Daten schnell schnell. Es wird nur für eine limited Zeit gegeben. Ich bin weg. Schon wieder. Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist ein verfluchtes Flavierend. Hier lang. Okay, ich bin weg. 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 Stereo. 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 Heute. Und irgendwann endet die Story von The First Ascendants. Dann ist das Spiel fertig. das fight legends unite haben wir auch dieses jahr beendet das display mit 43 folgen ist schon ziemlich heftig so viele folgen wieder kam und ja scheinbar so als wäre ich nicht der einzige hier ist also hier sind drei leute jungen was ist das da dritte alter geht noch weg hier das ist echt leid das ist echt leid das ist echt leid ah Du hast es gesehen, oder nicht? Das ist ein bisschen krass. Digga, was geht hier aus? Digga, was ist hier los? Die Eskalation hier! Die Eskalation hier war. Ich könnte die Hörn-Hard-Parsen. Ich werde versuchen, die Location zu retten. Ich bin hier, auf 9. Ich bin hier, auf 9. Hilfe! Hilfe! Die Bär ist doch kaputt! Digga! Die Bär ist doch kaputt! 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 Scheiße! Das ging nicht! Das ging nicht! We have multiple motor signals inside the facility. Expect random hostile encounters. There you go. 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 You need to be recharged. There you go. I need to be healed. There you go. There you go. There you go. There you go. We're too late. All experimental data has been deleted. Not all of it. There's a cache of records about the most recent experiments. It's not ideal, but I'll try to restore it as best I can. In the meantime, you and I might as well follow the Ironheart. Okay. Alright, go ahead now. Oh. Hier geht's. Junge, wo bist du? Hilf mir doch! Sei spinnend! Oh Gott! Warum? Junge, ich geh wieder runter. Oh Gott! Let's go, Paz. Wenn ihr keinen Bock habt, die ganze Zeit alles von vorne rum durchzulaufen, reißt einfach zurück zu dem Punkt und dann macht ihr mal das hier auf Inventory. Dann packen wir so ein paar Sachen weg und ich bin voll. So, ich würde mal sagen, hier war es das jetzt mit der Folge, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten chlorechen verdunsteten Wüsten-Folge, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssi Kurski.